Ich freue mich sehr, dass der griechische Europaminister Miltiades, mein wirklicher Freund auch im Rat allgemeiner Angelegenheiten, heute in Wien ist. Wir haben einen intensiven Austausch gepflegt. Wir haben einen Press Point, wo wir auch die gemeinsamen Anliegen dargestellt haben, absolviert. Und wir waren jetzt hier in Schönbrunn und haben uns die Teststraße angeschaut. Österreich geht einen einzigartigen Weg bisher. Wir haben das Eintrittstesten etabliert. Es sind bereits in den ersten Tagen über eine Million Menschen hier zu den Tests gekommen in ganz Österreich, um tatsächlich auch Dienstleistungen sicher wieder in Anspruch nehmen zu können. Das könnte Vorbild werden für ganz Europa und ich freue mich, dass der griechische Europaminister Miltiades das heute hier angeschaut hat und wir werden auch im Rat allgemeiner Angelegenheiten diese Dinge weiter koordinieren und eng absprechen.